Mein Name ist Roland Meier, ich arbeite bei Maxon in Sachsle. Maxon ist führende Anbieter von hochpräzisen Antriebssystemen. Maxon interessiert sich für das BGM, weil schlussendlich der Mitarbeiter das höchste Gut ist von der Unternehmung. Und mit gesundem motivierten Mitarbeitenden bieten wir Basis für hohe Produktivität und anhaltende Qualität. Für mich war der wichtigste, der wertvollste Input heute Morgen, dass die Stigmatisierung von psychisch kranken Mitarbeitenden, Menschen der Situation vielfach nicht gerecht wird. Vom Resten des Tages hoffe ich mir einen weiteren interessanten Austausch mit Kollegen und Kolleginnen aus der Branche, die mir weitere Inputs mit auf den Weg geben, mit dem gegenseitigen Austausch, um das BGM weiterhin auszubauen und zu fördern.